Los! Lieber Lindau Verlag, liebe Buchhändlerinnen und Buchhändler, liebe Leserinnen und Leser aus Italien, ich grüße euch herzlich aus Wien, aus unserem geschlossenen Geschäft. Auch wir haben seit drei Wochen hier zu und haben komplett auf Onlinehandel umgestellt. Ich weiß, dass in Italien die Situation noch viel schwieriger ist, aber wir sind eine Branche, wir schaffen es mit Krisen umzugehen, das weiß ich. Wir werden es schaffen, diesen Wind mitzunehmen. Wenn wieder alles normal ist, dann freuen wir uns wahnsinnig auf unsere Kunden, dann freuen wir uns, dass wir wieder Bücher empfehlen können. Und ansonsten haltet durch, schreibt weiter Bücher, liest weiter Bücher, kauft in unabhängigen Buchhandlungen und ich freue mich schon so, wenn mein neues Buch in der Edition Lindau erscheint. Vielen Dank und alles Liebe nach Italien!